Musik Dieser Ideenreichtum und dann gleich drüber reden, Kommunikation, reden, 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 Holzqualität. Herzlich Willkommen zum Podcast Feng Shui isst man nicht mit Stäbchen. In dieser Folge geht es lustig, kreativ und chaotisch zu, passend zum Element Holz. Wenn ihr also alles zum Element Holz erfahren wollt und wissen wollt, wie ihr es für euch nutzen könnt, dann hört euch diese Folge an. Mein Name ist Kerstin Trüdinger und ich kann euch versprechen, ihr werdet eine Menge Spaß haben in dieser Folge. Okay, du zuerst. Ich habe fünf. Du fängst an. Sieben. Mit was fange ich denn an? Dann sage ich mal, hallo Julia, willkommen zu Feng Shui isst man nicht mit Stäbchen, unserem Podcast. Yay! Das war ja gar nicht die Feierfolge. Ich freue mich. Du freust dich? Ja, und um im Kontext zu bleiben, eigentlich müsste ich jetzt Hallo schreien, aber ich erspare es uns. Warum musst du Hallo schreien? Hol uns mal kurz ab. Näher gehen wir nachher noch drauf ein. Schreien. Schreien ist die Ausdrucksform, die Gefühlsäußerung von Holz. Ah, also wir sprechen heute über das Element Holz. So ist es. Hallo. Sehr schön. Vorher machen wir aber das Übliche. Hast du gerade gesagt, Feuer machen wir? Okay, ich drücke mich nochmal deutlicher aus. Vorher machen wir aber das Übliche. Heute, nee, nee, heute wird Feuer nur am Rande erwähnt. Holz mag Feuer nicht so. Nee, wir sprechen über die Sterne. Okay. Ja, das ist gut. Und ich bleibe jetzt im Holzkontext. Ich bringe jetzt ein bisschen Chaos rein. Hm. Okay, ich versuche es auszuhalten. Ja, es fällt mir ja auch schwer, aber um mich schon so ein bisschen reinzufühlen in diese Feuerqualität. Was habe ich gemacht vor der Aufnahme? Holzqualität meinst du? Ja. Was habe ich gemacht? Ein Hampelmann. Ja, genau. Da ist sie einfach aufgesprungen und hat einen Hampelmann gemacht. Ich wusste gar nicht, wie mir geschieht. Genau. Und jetzt reden wir über die Monatseinflüsse. Und ich fange aber mal nicht mit der Zwei an. Okay. Ich fange mal mit irgendeiner an. Du bist frei. Ich bringe jetzt hier totales Chaos rein. Sei mal ganz wild. Ich bin jetzt total wild. Wir reden über die Monatseinflüsse im September. Die wirken übrigens vom 8. September bis zum 7. Oktober. Okay. Und wir reden über die negativen Sterne, die wir in Schach halten wollen, damit wir die guten nutzen und die negativen uns nicht so piesacken. Damit wir nicht wütend werden. Wut ist nämlich der Ausdruck von Holz. Ich kenne schon eine leichte Rage in deinen Augen. Totale Rage. So, ich fange mal an mit der 5. Totales Chaos. Die 5 ist der Chaosstern. Die sitzt im September im Ostsektor. Und die halten wir in Schach, indem wir dort eine Salzwassermünzenkur haben. Denn diese krasse Metallenergie, man höre sich letzte oder vorletzte Folge an, die beschäftigt diese große, schwere Erde, sodass sie uns kein Chaos bringt. Jetzt fragt sich vielleicht die ein oder andere, warum ich bei der 5 und großen Erde von Chaos spreche und vorhin bei Holz von Chaos gesprochen habe. Das liegt daran, dass tatsächlich die 5, diese große Erde, negatives Chaos bringt. Chaos, Unfälle, Unglücke. Das, was ich immer mit dem Holzchaos meine, das ist, ich sage jetzt mal so dieses kreative Chaos, diese Flexibilität. Das ist der Unterschied. Also wir bleiben flexibel. Jetzt rede ich über die 2. Die 2 ist die kleine Erde, die bringt die Krankheit und die sitzt in diesem Monat im Südsektor. Wollen wir nicht. Deswegen machen wir hier kleines Metall und dann ist die auch beschäftigt. Windspiel. Windspiel, danke für den Hinweis. Sehr gut. So, und jetzt könnte ich würfeln, aber auf dem, ja, da fällt mir ein, wir haben in der Himmelsrichtung einen Besteckkasten. Reicht das schon, wenn man den immer wieder auf und zu macht? Wenn es scheppert. Bling. Aber verobacht, wir, ich weiß nicht wer, ich vermute, es könnte unser Sohn sein, macht unseren Besteckkasten ein bisschen zu heftig auf und zu. Die Messer haben diesen Plastikeinsatz schon durchschlagen. Also oba. Okay. Solange sie noch nicht Menschen verletzt haben. Ja, Gott sei Dank. Es sind ja die Buttermesser, die sind ja nicht, eben, obwohl sie nicht spitz sind, ist da hinten schon ein Loch drin. Okay. Ja, zurück zu uns. Merkst du schon, die Chaosenergie wirkt schon, das kreative Chaos. Ich spüre es. Ich auch. Ich rede jetzt mal blumig weiter in unserer Holzqualität. Jetzt reden wir über die Sieben, die im September unser Raubstern ist, kleines Metall. Die hockt in der Mitte und ja, die diffundiert so über alles ein bisschen drüber, aber sie manifestiert sich nicht in irgendeinem Raum. Insofern können wir da auch nichts tun. Dann machen wir doch jetzt flexibel, kommunikativ weiter. Tolle Überleitung. Wollen wir Stühle tauschen? Nein, weil dann sitze ich nicht mehr in meiner Kommunikationsrichtung. Ja, ich auch nicht. Deswegen bleiben wir so. Ja, dann lass uns doch mal, ach so, Seminare? Mach mal auch. Ich bin da total spontan. Gut. Merkst du, ich bin krass voll gefreut. Weil, ganz wichtig, wir haben jetzt Ende September. Welche Seminare, Module, Anfangstermine, Anmeldetermine, wie sieht es da aus? Was steht uns bevor? Verpasst. Macht nichts. Einfach einsteigen. Also, Modul 1 gibt es wieder eins am 16. November. Die anderen Termine sind leider schon vorbei. Und Modul 2 hat schon angefangen am 14. und 15. September. Da haben wir über die Elemente gesprochen, zwei Tage lang. Wir sprechen jetzt als nächstes über die Umgebungslehre und Landschaftseinflüsse und solche Sachen. Und wie stellen wir Möbel hin, sodass es uns gut geht? Da ist der nächste Termin am 17.10. Das heißt, da gibt es noch Möglichkeiten, sich anzumelden und mitzumachen und aktiv etwas zu lernen, wie man es praktisch anwendet. All das, was man im Podcast schon gehört hat, wie man das jetzt über Möbel zum Beispiel schon arrangiert oder wie man, worauf man im Vorgarten achten sollte. Wie die Landschaftsformen uns prägen und was man tun kann, wenn es nicht so optimal ist und so weiter. Total spannend. Und man lernt ein paar Tiere kennen, fünf an der Zahl, die Krafttiere, die eben Landschaftsformen widerspiegeln und die wir aber auch im Kleinen uns zuführen können. Und das klang jetzt irgendwie nach Essen. Okay. Du hast schon Hunger. Ich versuche ein bisschen weniger kreativ zu reden. Ich glaube, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben das verstanden. Bestimmt. Dann lass uns direkt weiterhüpfen. Genau. Ich habe jetzt auch versucht, ein schönes Bild zu finden, ins Holz zu bohren. Nee, das ist nicht schön. Also wir sprechen über Holz. Das ganze Chaos hat jetzt mein Hirn auch schon völlig verwirrt. Schon, ne? Wir sprechen über Holz. Ja. Und zwar starten wir, wie schon in den letzten beiden Folgen auch, mit den verschiedenen Farben, Formen, Einrichtungsmöglichkeiten, wenn ich dem Raum oder mir Holz zuführen möchte. Wenn mir Holz fehlt. Ja. Wie kann ich das machen? Mit welchen Gestaltungselementen? Erzähl mal. Pflanzen. Pflanzen. Pure Holzenergie. Man achte allerdings auch auf die Form der Pflanzen oder auch die Formen der Blätter, denn da können andere Elemente mit reinfließen. Also ich sage jetzt mal so, die klassische Yucca-Palme hat zwar auch ein deutliches Holzelement, sie ist ja eine Pflanze und sie hat einen senkrechten Stamm, aber sie hat diese spitzen, dreieckigen Blätter, die tatsächlich eine Feuerqualität haben. Mit dieser Pflanze wäre ich jetzt oder auch Ähnlichem eher vorsichtig, denn wir wollen ja nicht angegriffen werden von den Formen der Pflanzen. Jetzt sind wir wieder bei der Umgebungslehre, ne? Also jetzt habe ich hier wieder einen Querlink geschlagen. Ich bin wahnsinnig, also das ist die Holzqualität, ne? Also facettenreich. Die eine Richtung und die andere. Und da ist noch ein Aspekt, ich rede einfach weiter. Aber kleines Holz, oder? Ja, genau. Du dagegen, du sitzt hier ruhig, hörst mir zu, du gibst mir die Ruhe. Großes Holz. Gern geschehen. So, ja. Also Pflanzen. Grün. Holz ist grün. Also ja, Holz ist natürlich braun, aber braun ist jetzt eher Erdqualität. Wenn man jetzt Möbel hat, die eine senkrechte Maserung haben und die Maserung kommt deutlich raus, dann ist das auch Holzqualität. Also senkrechte Formen, senkrechte Strukturen, dann kann das auch braun sein, dann überwiegt auf jeden Fall das Material und eben diese Gestaltung. Wenn man jetzt Möbel hat, wo die Maserung waagerecht läuft und sehr deutlich zu sehen ist, dann muss man schon wieder abwägen, ob es noch Holz oder schon Erdqualität ist. Also ja, das Material dominiert im Zweifel immer, aber it depends. Du bist jetzt irritiert, weil ich mich gemeldet habe, gell? Ja, total. Ich bin erstarb. Ich wollte meinen Gedanken nicht vergessen und dir ein Zeichen geben, dass ich eine Frage habe. Oh, sehr gut. So läuft es bei uns hier, wie in der Schule. Mir sind deine Holzakustikpaneele in deinem Büro eingefallen. Ja. Also zum einen lange Streben, die braun sind und die man natürlich so und so anordnen kann. Kann man ja horizontal oder vertikal anordnen. Erzähl doch mal ein bisschen was dazu. Die sind vertikal angeordnet. Bei dir ja. Bei mir ja. Ja, also ich wollte ein deutliches Holzelement, deswegen haben wir auch schöne Pflanzen im Büro. Obwohl die aber auch braun sind. Die sind braun, aber die sind senkrecht angeordnet und wirken senkrecht und deswegen haben die eine deutliche Holzqualität. Und sind aus dem Materialholz. Sind aus dem Materialholz, genau. Und wenn ich die jetzt aber nehme und waagerecht hinhänge, haben sie eine Erdqualität, obwohl sie aus Holz sind. Aber diese waagerechte Struktur dominiert so sehr und das Material Holz wirkt nicht so deutlich, weil du keine Maßerung erkennst. Also sobald du eine Maßerung hast, ist klar, dass das Holz ist. Aber wenn keine Maßerung da ist, dann könnte es ja auch einfach nur eine Farbe sein. Also alles, was irgendwie senkrecht ist, ist auf jeden Fall Holz, auch wenn es blau ist. Wenn du dir senkrechte blaue Streifen an die Wand malst, hat es mehr Holzqualität als Wasserqualität. Frage beantwortet? Ja, sehr gut. So, also wir sprachen von senkrechten Formen, wir sprachen von Pflanzen. Auch alles, was an den Formen an Pflanzen erinnert. Ich sehe hier zum Beispiel eine Lampe, die hat drei Lampenschirme, die so in verschiedene Richtungen sich auch biegen lassen. Pflanzen, das sieht ja ein bisschen aus wie eine Pflanze. Das ist Holzqualität. Sagst du ja immer hier, ich brauche Pflanzen. Obwohl ich eh schon so viele Pflanzen habe, weil ich sie ja auch liebe, aber du willst immer mehr. Ja, du brauchst es auch. Ich danke dir ja dafür. Sehr gut. Man kann zum Beispiel auch, wenn man sagt, zum Beispiel das ist das Schlafzimmer, wo man jetzt nicht unbedingt so viele Pflanzen reinstellen sollte, weil sie einem nachts ja dann den Sauerstoff so ein bisschen wegnehmen, in Anführungszeichen. Kann man ja auch mit Bildern oder floralen Mustern oder pflanzenartigen Mustern arbeiten. Das hat auch Holzqualität. Ich empfehle dann oft auch mal zum Beispiel so einen Aufkleber an die Wand oder auf den Schrank machen, wie so ein Schattenriss von einem Baum oder von einer Pflanze. Das hat auch Holzqualität, also alles, was sich verzweigt und eben auch so ein bisschen kreativ-chaotisch wirkt. Man kann da auch mal eine Unordnung zulassen, wenn man Holzqualität braucht. In Maßen, denn Feng Shui-Prinzip ist ja auch Ordnung zu haben, damit sich kein negatives Ski ansammelt. Aber man kann ja auch, ich sage jetzt mal so eine Art eben kreativ-positives Chaos haben. Das müssen ja jetzt keine Schmutzwäscheberge sein, sondern das kann ja auch eine Ecke sein, wo sich alles Mögliche sammelt. Also wo ich eine Ecke habe, wo ich Deko-Elemente sammle oder Erinnerungsstücke oder so. Das hat dann auch eine Holzqualität. Es ist übrigens lustig mit der Lampe, um noch mal kurz darauf zurückzukommen. Die habe ich ja überhaupt nicht bewusst jetzt danach gekauft, sondern intuitiv, weil sie mir einfach gefallen hat. Und das Lustige ist auch, dass ich gerade in den letzten Tagen verstärkt die Erkenntnis hatte oder mir selbst vorgenommen habe, mehr auf mein Bauchgefühl zu hören. Das heißt, auf die Intuition, wie bei der Lampe eben auch, ich habe mir offensichtlich das ausgesucht, was mir gut tut. Das ist häufig so. Also das ist jetzt wirklich die Empfehlung an alle, hört auf euren Bauch. Es gibt wenige Menschen, die haben da irgendeinen Dreh drin und suchen sich leider immer das Falsche aus. Das passiert aber ganz selten. Die meisten haben ein gutes Gespür. Und ich hatte gerade eine Kundin, die hatte ein sehr gutes Gespür. Die hatte keine Ahnung von Feng Shui. Sie kannte die fünf Elemente so ein bisschen aus der TCM, aber Feng Shui, keine Ahnung. Die hatte ein Wohnzimmer, das war hauptsächlich weiß gehalten, mit blauen Akzenten, ein Wasserbild. Das war so interessant zu sehen. Und dann schaue ich mir ihr Baze an und stelle fest, sie braucht Wasser und Metall. Also die ist aus allen Wolken gefallen und hat gesagt, das ist ja der Hammer. Sie hat es sich immer wohl genau richtig ausgesucht. Also das gibt es, hört auf euren Bauch und habt Freude dabei, um wieder den Gräs zum Holz zu schließen. Freude. Ja, habe ich was vergessen? Senkrechte Strukturen, Holzelemente, alles was sich verzweigt, bisschen Chaos. Genau, an Farben, Formen etc. haben wir alles berücksichtigt. Das heißt, wir können jetzt zu den Aktivitäten kommen. Ja, ich würde loszustellen. Aktiv werden, ich würfel gleich nochmal. Gewonnen! Wow, tatsächlich Sex auf Pasch! Sehr schön. Das war nicht gescriptet. Ja, das heißt, spielen. Spielen. Oh, toll, ich liebe spielen. Ja, ich auch. Ich weiß, wir brauchen meinen Hund. Aber was noch? Freude haben. Also um die Frage ausführlicher zu formulieren, was kann ich noch tun, um mit einer Aktivität Holz in mein Leben zu kriegen? Den Hampelmann. Also auch wirklich das im doppelten Sinne, also Bewegung, Sport, rumhüpfen. Selbst nicht so ernst nehmen. Genau, Spaß haben, witzig, lustig, albern sein, das ist auch Holzqualität. Kindisch sein. Wo sind die Kinder? Also wir haben hier eine Holzfolge, wo sind die Kinder? Ja, Entschuldigung. Ja, genau. Also wenn ihr Holz braucht, geht in den Kindergarten. Ich weiß, was das heißt. Massentourismus. Feng Shui, Massentourismus. Die werden dann durch die Kindergärten geschleust. Genau. Was machen sie hier? Ich brauche Holz. Ja, da sollten wir mal über ein Geschäftsmodell nachdenken. Genau. Kreativität. Ja, das ist es. Genau, also wirklich spielen. Kinder sind so in ihrer Holzphase im Leben. Bringen Chaos rein. Wir hatten das Gespräch heute. Du kannst ja noch so sehr planen, aber also selbst mit Kindern, du kannst ja dich auf alle Eventualitäten vorbereiten und dann hat das Kind einen anderen Plan oder eine andere Idee. Das ist so. Also das erfordert die nötige Flexibilität. Also auch flexibel sein ist Holzqualität. Und das wiederum ist ja der Witz des Feng Shui auch, dass man möglichst die Elemente in Harmonie und in Ausgewogenheit haben sollte. Eben nicht zu verplant sein, aber auch nicht zu chaotisch, sondern dass sich das so die Balance hält. Genau. Weil beides im Extrem, glaube ich, ist jetzt nicht zielführend. So ein paar Eventualitäten einplanen, also immer was zu essen und zu trinken und einen Ersatzunterhose dabei haben. Aber den Rest war bei deinem Sohn auf jeden Fall noch, ja. Ich sprach für die Kinder, nicht für mich. Da wollen wir jetzt nicht die, wo wir drauf eingehen, so das kommt ja später wieder. Aber gutes Stichwort. Wie ist das mit den Zeiten sozusagen? Für welche Zeit, für welche Phase, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft steht denn Holz? Zukunft. Holzmenschen sind so zukunftsfixiert, könnte man schon fast sagen. Die wollen nicht aufräumen, das ist ja Vergangenheitsbewältigung. Die wollen auch nicht, die tun sich auch schwer im Hier und Jetzt zu sein, sondern sie denken über das danach, was als nächstes kommt. Sind total offen für neue Impulse. Im Extremfall vielleicht zu Impuls gesteuert. Also so, ich würde es mal sagen, so eine Übersprungshandlung ist eine echte Holzqualität. Also Holzmenschen haben immer wieder neue Ideen, den nächsten Plan, den letzten noch nicht zu Ende gemacht, aber schon die nächste Idee. Also das ist eine echte Holzqualität. Da steckt ja auch Kreativität dahinter. Aber einfach auch so dieser Ideenreichtum und dann gleich drüber reden. Kommunikation, reden, reden, reden. Holzqualität. Und ja, wie der Karl Willi immer so schön sagt, Kinder in die Welt setzen, also auch im übertragenen Sinn ist das jetzt gemeint. Kinder in die Welt setzen ist eine Holzqualität. Also ein Projekt. Ein Projekt, das Baby. Genau, die neuen Projekte. Denn die Holzqualität dahinter ist ja das, was ja die Pflanzen auch machen. Sie verteilen überall ihre Samen, auf das ein paar davon auch wirklich sprießen. Also man kann sich das auch immer wieder bildlich vor Augen holen, was die Pflanzen machen. Das ist die Holzqualität. Passend zu dieser Folge, die ja chaotisch ist, sprechen wir erst jetzt über die Interaktionen der Elemente. Ich freue mich. Nicht wie bei den zwei vorherigen, wo wir das schon am Anfang gemacht haben, sondern das kommt jetzt erst. Genau, ich freue mich schon so auf die Feuerfolge, wenn wir uns besaufen. Stimmt, das haben wir uns vorgenommen. Das ist die hundertste Folge und da werden wir anstoßen. Oh, das wird lustig. Ja, das wird lustig. Genau, im Gegensatz zu dieser Folge. Entschuldigung, ist jetzt schon im Vorhinein für etwaig. Genau. Aussetzer. So, die Interaktionen mit Holz. Holz wird gefördert durch Wasser. Ist klar, denn da wachsen die Pflanzen. Holz wiederum fördert Feuer. Feuer, denn das braucht ja was zum Brennen. Das heißt, Holz wird durch Feuer auch geschwächt. Wird ja weniger. Holz wird zerstört durch Metall. Kettensägen, Massaker, solche Sachen. Und Holz wiederum zerstört Erde. Im Sinne des Löwenzahns. Wir denken an die Kindersendung, der da durch die Asphaltdecke stößt. Oder eben auch sozusagen die Monokultur, die den Boden auslaugt. Also, it depends. Yin und Yang. Jetzt sind wir wieder beim Yin und Yang Thema. Klar, so eine Blumenwiese macht jetzt die Erde nicht kaputt. Aber entzieht der Erde natürlich auch Nährstoffe. Wenn ich sie mähe und das Schnitt gut abtransportiere, dann gebe ich nämlich der Erde nichts zurück. Sind wir wieder bei den Kreisläufen. Hach. Habe ich was vergessen? Nee. Oder? Das wird uns bestimmt danach, wenn überhaupt einfallen. Sonst erwähnen wir das noch in einer weiteren Folge. Ja, oder schreibt uns, wenn wir was vergessen haben. Oder so, genau. Na, dann bleibt uns jetzt nur noch zu sagen, was unsere Hörerinnen und Hörer an Aktivität machen können, was wir für sie für einen Vorschlag haben, für eine Anregung, eine Idee, eine kreative. Sag mal, Julia. Seid kreativ. Und ein bisschen spezifischer. Ich spiel den Ball zurück. Merkst du. Ich spiel den Ball zurück. Schickt uns kreative Vorschläge, was man denn machen könnte, um Holzqualität in sein Leben zu holen. Gute Idee. Hampelmänner als Vorschlag. Aber was fällt euch sonst noch ein? Finde ich eine super Idee. Und ihr könnt übrigens auch, um auch ganz kreativ zu sein, und da dürft ihr auch gerne total kreativ werden, wenn ihr diesen Podcast bewertet und vor allem einen Kommentar schreibt. Das wäre so toll, wenn ihr euch, wenn ihr sagt, ich höre diesen Podcast alle zwei Wochen, ich freue mich da vielleicht sogar schon seit drei Jahren, alle zwei Wochen drauf. Schreibt, es muss gar nichts Langes sein. Einfach finde ich hilfreich, gefällt mir, was auch immer. Schreibt es. Es hilft, Julia, dir und auch dann dem Ausbildungsinstitut und euch, Feng Shui noch mehr in die Welt zu tragen. Also macht es einfach. Ja, muss ich ganz kurz was erzählen. Und zwar, ich veröffentliche die Folgen ja auch auf YouTube als Podcast sozusagen. Und da stelle ich immer ein, dass das früh um fünf veröffentlicht wird. Und manchmal, wenn ich dann früh um sechs aufwache, wenn irgendwas ist, dann schaue ich manchmal nach. Und dann sind da oft schon vier Abrufe oder sowas. Und dann denke ich mir, wie geil. Also, großartig. Sehr Early Birds. Ja. Early Bird, Holzqualität. Ja, warum? Der frühe Morgen. Ah. Aber warum? Erzähl mal genau. Naja, der Tag folgt ja auch sowohl die Tage, Monate, Jahre und so weiter, folgen ja auch dem Zyklus der Elemente. Mhm. Wasser ist die Nacht, wie der Winter, dunkel. Dann kommt das Holz, der frühe Morgen. Vormittag. Vormittag, ja gut, da muss man jetzt sagen, dass die Erde immer so ein bisschen diese Zwischenzeiten sind. Mhm. Feuer ist der Mittag. Dann kommt wieder der Nachmittag. Das ist wieder die Erde. Das ist auch so ein bisschen Ernte einfahren und solche Geschichten. Also Erde ist immer so ein bisschen das vermittelnde Element. Genau. Dann kommt Metallqualität. Das ist jetzt Abend zur Ruhe kommen. Stille. Sie hinsetzen und dann kommt wieder das Wasser. Ach. Die Nacht. Spannend. Mhm. Toll. Also ich habe wieder was gelernt. Wie geht es euch damit? Lasst es uns mal wissen. Ja, bitte. Wir freuen uns. Ja. Dann bis in zwei Wochen, Julia. Vielen Dank. Und in zwei Wochen sprechen wir über, was kommt als nächstes? Macht einen Vorschlag. Wir könnten es auswürfeln. Okay, Moment. Ich habe übrigens eine Neun gewürfelt. Also um noch mal kurz zu erinnern, ich habe eine Neun gewürfelt. Mhm. Wofür steht die Neun? Welches Element ist die Neun? Feuer. Echt Feuer? Ja. Aber sprechen wir nächstes Mal über Feuer. Ja. Wow. Mit Holz kommt Feuer. Uhaha, das ist ja schon die 100. Folge. Krass. Ich bin ganz aufgeregt. Okay, wow. Das war jetzt mal. Das lief heute einfach. Also. Toll. Ich freue mich drauf. Aufs nächste Mal. Ich mich auch. Alles Gute. Bis bald. Tschüss. Ciao. Dieser Podcast wurde produziert von Kerstin Trüdinger Podcast Produktion. humanos jen und bin. Und also. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich lebe張orno.